Das ist eine schwierige Aufgabe, nach frischen Tönen zu suchen. Bist du sicher, sind wir auch richtig? Ja klar, hier in Skala kann man doch abends Musik hören. Ah, ja. Weisst du eigentlich, wie frische Töne aussehen? Nein, noch nicht. Vielleicht hellgrün? Ja, oder erfartig. Sicher bewegt. Und so weich, so geschmeidig, frische Töne. Du, ist das echt einer? Das ist ja nur Tom. Und er ist noch vertrocknet. Ich glaube, den tun wir weg. Aber vielleicht kann man den noch brauchen. Und versuchen, aufweichen. Schlicker! Das ist Schlicker! Dann machen wir noch etwas. Da! Noch mehr Tom! Ui nein! Er ist ja total verbröckelt. Ganz vertüchtet. Machen wir auch Schricken daraus. Und dieser hier? Fein! Der ist noch weich. Du! Da hat's doch etwas! Oh! Da hat's einen Ton im Ton! Ist das jetzt echt ein frischer Ton? Genau! Aber der ist total verklebt. Ja, komm! Den nehmen wir mit ins Labor. Bevor, bevor er uns dann auch noch vertrocknet. Du, dann geht's nicht weiter. Aber zuerst schauen wir, ob wir noch einen finden. Welerschautet! Also kann ich das noch nicht hervorrufen, Also kann ich das mitnüben? You will. I-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. Okay. 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 Amen. 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 Amen.